Musik Nach intensiver Vorbereitungszeit wurde Sebastian Keil vom Generalficar des Erzbistums Paderborn zum Wortgottesfeierleiter im Pastoralverbund Balwehönnetal ernannt. In der Vorabendmesse wurde er offiziell eingeführt. ... und Freilabwehönnetalbeauftragung. Diese Beauftragung bezieht sich auf alle Fragen meines Verwaltungsweihörnisses Freilabwehönnetal. Der Dienst erfolgt im ausdrücklich ein Verschwendnis mit den Zuständen leistig und nach Maßgab des jährlichen Rechts. Für eine Wortgottesfeier an einem Sonntag sind zudem die besonderen, die es so lang gesetzt ist, festgelegte Voraussetzungen zu verlaufen. Darüber hinaus gibt dies Beauftragung für Sonderfälle, Beidreiter und Ähnliche. Immer jedoch mein Verständnis mit dem Zuständigen geistig. Die Beauftragung gilt für drei Jahre. Paderborn im 1. Oktober 2015. Der Ärzteschuss von Paderborn im Vertretung. Und die Beauftragung gilt für die Beauftragung. Lieber Herr Kalt, ich darf Ihnen alles gut für den Dienst wünschen, viel Gelassenheit vor allem, wenn irgendwas nicht zu uns gibt, wie man sich das so vorstellt, oder auch eine helftende Hand, wie wir es heute auch gesehen haben. All das braucht man, glaube ich, wenn man hier vorne steht und mit den Leuten beten will und für die Leute beten will und wir können heute sagen, wenn man den Himmel beten will. Lasset uns bieten. Mit dieser Beauftragung darf ich jetzt Wortgottesfeiern leiten. Wortgottesfeiern sind Wortgottesdienste, in denen eben sehr intensiv auch über einen Schrifttext, über einen Bibeltext nachgedacht wird und eventuell auch Zeichenhandlungen noch hinzugefügt werden. Also zum Beispiel eine Tauferneuerung oder vertiefte Vögel. Jetzt gehört uns wieder das Thema Kmal. Musik Musik IT